Beatrice Egli, Florian Silbereisen. Wilder Flirt live im TV. Haben eine Bettgeschichte. Die ARD-Sendung Die Schlager-Champions ist zurück. Florian Silbereisen lud die Crème de la Crème des Schlagers ein und sorgte mit Beatrice Egli für eine heiße Performance im Bett. Beatrice Egli, Florian Silbereisen. Sie landen bei den Schlager-Champions im Bett. Die ARD-Sendung Die Schlager-Champions kehrte nach einer dreijährigen Pause endlich wieder zurück. Moderator Florian Silbereisen, 42, lud mal wieder die Crème de la Crème des Schlagers zu sich ein und es wurde wild gefeiert. Ein besonderes Highlight war unter anderem Helene Fischer, 39, die in der Silbereisen-Show einige ihrer größten Hits zum Besten gab, etwas. Das in den vergangenen Jahren zur Seltenheit wurde. Doch auch der Moderator selbst ließ die Fan-Herzen höher schlagen. Er performte erneut sein Erfolgsduett, das wissen nur wir mit Schlager-Kollegin Beatrice Egli, 35. Mit diesem Song haben die Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen den beiden ganz neue Ausmaße angenommen. Kein Wunder, schließlich singen die beiden unter anderem Textzeilen wie Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir. Ich hör sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär's nicht erlaubt mit dir. Ich nehme es in Kauf mit dir. Ey, 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 ey. Der Songtext trieft nur so von Zweideutigkeit. Doch es ist nicht nur der Song, der die Gerüchteküche rund um die beiden Schlager-Stars brodeln lässt. Sondern auch deren Performances. Wir erinnern uns, beim Schlager-Boom 2023 wurde Beatrice und Floris Auftritt zu einer pikanten Liebesshow in einer Telefonzelle. Bei den Schlager-Champions setzten die beiden noch einen drauf. Denn dieses Mal ging es ins Bett. Nach einem kleinen Plausch fragte Silbereisen seine Kollegin. Hast du Lust auf eine kleine Kissenschlacht? Zweideutig antwortete Egli mit einem schelmischen Lächeln. Ich hab immer Lust. Genau die richtige Vorlage für Silbereisensfrage. Dann haben wir also jetzt tatsächlich eine kleine Bettgeschichte? Daraufhin setzte ihr Duett das Wissen nur wir ein. Und die Kissenschlacht und eine kleine Kuscheleinheit auf dem Bett folgten. Nach dem Duett stand Florian jedoch schnell wieder vom Bett auf. Er müsse schließlich weiter moderieren. Dies entrüstete die volles Risiko-Interpretin. Nicht dein Ernst, ohne Frühstück. Amüsiert sagte sie zusätzlich. Jetzt wissen doch alle, wie es bei uns ist. Damit brach das Publikum vollends in Gelächter aus. Beatrice Egli, Florian Silbereisen Die Fans sind gespaltener Meinung über die Performance. Mit ihrem Duett und vor allem ihren Performances sorgen Beatrice Egli und Florian Silbereisen stets für gemischte Gefühle bei den Fans. Während die einen die Flirtereien lieben, ist des anderen zu viel des Guten und eine reine PR-Aktion. Auch für den Auftritt bei den Schlager-Champions gab es sowohl Lob als auch Kritik. Auf YouTube las man beispielsweise Kommentare wie Ich finde es Hammer. Punkt, die zwei sind mega spitze. Und man kann es nicht mehr hören, das Theater. Tja, alle kann man eben nicht glücklich machen. Tja, alle kann ich mich mal eininigen.